Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute sind die Delta 1200 Rockets dran von Argento. Wir haben hier 9 Raketen. Sie haben jeweils 12 Gramm NEM. Die anderen Varianten mit ich glaube 17 Gramm und 20 Gramm wurden ja nicht ausgeliefert, da sie halt Probleme mit der Steighöhe hatten. Und deswegen gab es dieses Jahr leider nur die 1200 Rockets. Wird ich trotzdem für euch mal testen. Preislich dient mir hier, weiß ich gar nicht. Ach Leute, ich kaufe immer einfach. Ich glaube 12,95 Euro. Sicher bin ich mir nicht. Ihr könnt ja gerne mal selber schauen bei Röder. Der Ding ist unten im Video. Und dann würde ich mal sagen, geh mal raus zur Zündung der Delta Rockets von Argento. Bis gleich draußen zur Zündung. So vorne, jetzt die Delta Rockets. Leider ist mir eine schon abgeknickt. Also der Raketenstiel ist weg. Also es gibt eine weniger. Schönes Gold. Machen wir zwei. Sehr schön für 12 Gramm, wenn man sich das mal so überlegt. Sehr schön. So, haben wir noch drei. Die versuchen wir mal auf Schlag, wenn ich das schaffe irgendwie gesagt. Ja Freunde, also wirklich ein schönes Raketenset. Kann man echt empfehlen für 12 Gramm Raketen. Ja. Dettoppel. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020